Let's play Final Fantasy 8 and tell us how we can help Rinoa, who is in a coma. Let's go! Let's go! Let's go welcome you! Noch irgendwas, was du zu sagen hast? Jajaja, irgendwo in der Nähe des Centra. Das war ja genau da, wo wir geguckt haben, das erste Mal, aber da das noch ein bisschen zu früh war, glaube ich mal sollte das Schiff jetzt da sein. Soweit ich mich noch erinnere. Oder ich hoffe es doch, ansonsten wäre es echt scheiße, wenn ich jetzt suchen muss. Ah, scheiße! Nein! Steig ins Chip! Hallo? Steig ein! Nicht landen! Steig ein! Genau! Irgendwo hier war es doch! Irgendwo dort! Ich weiß es! Meine Intuition hat mich noch nie getäuscht. Jedenfalls, nicht so oft! Aber... Ich muss jetzt mal schauen, vielleicht ist es da. Wenn nicht, muss ich vielleicht einen Cut machen und vielleicht noch mal ein Internet-Erkondition, wo das vielleicht sein könnte. So... Klappern wir mal ein bisschen mehr so ab. Müssen sich ja eigentlich gut versteckt haben. Wenn sie Luhn schützen wollen... Töööö... Das wird ein harter Popp. Vielleicht hier oben, obwohl, ich geh mal runter, vielleicht, und seh ich es dann viel besser. So, komm mal hier, und wir nehmen mal an, und dann ist es hier oben. Komisch. Ich geh mal da rein, vielleicht ist sie ja da, aber man weiß es ja nicht. Drehen, 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 drehen. Nix da, vielleicht hier, äh, falsche Richtung. Rückwärts kann einigen und vielleicht in dieser Spalte gucken. Auf geht's! Ich hab ja offen mal gefunden, ich hab echt keinen Bock jetzt die ganze Zeit zu gammeln und zu füllen. Ich glaube, es kann ja nicht so schwer sein, als ein Schiff zu übersehen oder vielleicht doch. Wenn es klein ist... Ich gehe mal jetzt da hin, vielleicht ist es unten. Nein. Vielleicht ist es hier so. Auch nicht. Nein. Es ist dwinglich Schutz. Ich muss wieder rein. Da war ich. Hier weiß man nicht. Da ist es ja! Da ist es! Da ist das Ding! Wusste ich's doch. Ich hab's euch gesagt, Leute. Meine Intuition täuscht mich nie. Wir sehen uns wieder. Mein Name ist Squaw. Wir sind von Valamgan. Ich möchte mit deinem Liedern sprechen. Ich bin in charge. State your business. Depending on what you say, we may ask you to leave immediately. I want to see Elune. Huh? We pose no treat. Edea told us that you won't be here. Edea? How? Edea is no longer under Socrates Ultimitia's control. She is now our Ali. So there is no reason for you to hide Elune's whereabouts from us. We want to take Elune back to protect her from Ultimitia. No, we can't do that. Thank you for coming. But we have no reason to believe you. Please leave. Hey, du! Wait! I have a brief from Edea. Yeah? You can't say anything. Where is the hammer man? Wow! Long time no seas, sir. Ach, da sind die zwei Hampelmänner. Wow! Look who is here! Squall! How it's going? Can't believe you are here. Everybody doing good, sir. After you guys left the gobbling buttheads, came after us and we barely escaped to this boat. I was sure we were gonerists, sir. Zoom went nuts and was thinking about swimming across the sea to escape. Hey, it was a plan. All you were doing was whining like a big baby. We're gonna die. We're gonna die and look who jumped in first. You! You! Number nuts! I don't see how these wackers keep surviving. So, how's Rinoa? Where is she? We never fought with us against the deer. For some reason, she went unconscious after the fight. She's resting in the garden now. I don't know what happened. We couldn't protect her. I'm... I'm sorry. You son of a bitch! What did I say? What did I say, huh? I told you to take care of her. That nothing better happened to her! Scumbag! You pathetic lying scumbag! Come back! Zune! Come on! Easy, sir! Easy! She's not dead. They just don't know what's wrong with her. That's all. Ain't that right, sir? Squall! Would never give up on her. Am I right, sir? We came here to get Elune because there's a new evil force after her. If we can get Elune and Rinoa together, maybe we can get Rinoa back. Really? See, Zune? I told you, sir! Rinoa's gonna be fine. She's... She promised us she would come back. We all have to free Timber together. Don't worry, sir. Alright. But I'm gonna say it one more time. If something happens to Rinoa again. I swear! So, come on, man. So, mit der hab ich noch nichts mehr zu rupfen, ja? Denn ich hab mir was herausgefunden. Naja, was heißt herausgefunden? Ich... Ich weiß etwas... ...oder, weiß es noch aus der Kindheit, weil ich's noch gespielt hab. Ihr erinnert euch sicherlich, äh, wo wir in Timber, äh... Wo ist das Ding da? Hier, girl next door! Diese... diese komische Schmuddelseite. Das können wir ihnen ableiern für etwas besonderes... Das werde ich gleich sehen. So, wir geben ihm das umsonst. Wir können ihm natürlich Geld ablehren, aber komm. Wir sind mal nicht so fies. Serious? Oh man, thanks! You're awesome! Here, I want you to have this. Recived Rename Card. Recived Shiva Card. Tja. Und so, Leute, haben wir nämlich... Tadada! Shiba. Ich weiß jetzt nicht, wer dieses Rename Card war. Was war Renamed? Mal noch mal Renamed. 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 Oder, ah, ich glaub, ich weiß, was das ist. Ah! Damit können wir die Namen von unseren Gavs ändern. Aber egal, das hat sich's gelohnt. So. Damit hätten wir eine Sache hinter uns, und jetzt kommen wir zur nächsten. Wo ist Ilun? Ja, wir gehen da rein. Oh! Was zum Drahen! Here! This is Matron's writing. She's really gave this to you? You guys call her Matron too, huh? Yes! Ever since we were little. We were raised by Edea too. It was difficult to fight against her, but we did. Unfortunately, everything turned out well. Edea is no longer evil. She's back to her old self again. The kind Matron we remember. Squaw! Thank you! We owe you and Balamgarden much. Even our salute is the same. Matron told us it hasn't changed since Seed was established. Okay, bevor wir ihn ansprechen, will ich gucken, was das für ein Drop Hunt ist. Holy shit! Das ist ja holy! Ah! Da fällt mir ein hier! Ja! Da fehlt mir was ganz, ganz wichtiges ein hier. Ich muss diese Pissers wieder ausrüsten. Das hab ich total vergessen. Das ist Quasel Quasel und... Was hattest du denn noch? Hattest du Leviathan? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich lass mal Quasel Quasel bei dir.